Ja? Ja? Fakid. Ja? Ja? Alle Funksprüche mit niedriger Priorität auf die Kanäle 9 und 13 umlegen. Wir befinden uns in erhöhter Alarmbereitschaft. Aha. Keine Ahnung, wer jetzt hier in der Umlenke kommt. Bollert, hörst du mich? Bollert, ich habe was gefunden! Ein Computer mit einem geöffneten Fenster auf dem Feuerschutzsystem steht! Bollert, bist du da? Zwicklos! Ich hab ein Bild! Scheiße! Wieso hatten der sich da noch und so? Halt! So. Splittergranate war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Erweckt sich da etwas? Was hieß das? Was hieß das? Sehen tun sie mich ja nicht. Seid vorsichtig! Zwicklos! 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 So! Sehr unkonventionell, ne? Wie wir wissen. Wie wir mitgekriegt haben. Und so. Hier war ja nichts. Kannst du sprechen? Bist du Ivan wer? Nene Nix Ivan So komm mal ran Junge Und 13 umlegen wir befinden uns in erhöhter Alarmbereitschaft So Medikids einpacken Speichern Wir haben eine Person die verhört werden muss. Warten hier auf weitere Befehle Ich finde es merkwürdig Dass man den nicht von hinten attackieren konnte Gut gemacht Fischer Durch das öffnen der Türen hast du dir aber auch den Russen den Weg zu Ivan freigemacht Du musst unbedingt als erster bei ihm sein Ja schauen wir mal Ist das hier? Missionsupdate Um unsere Ärsche abzusichern haben wir das FBI eingeweiht Wir werden ihnen Ivan überlassen Und was soll ich dann hier? Ivan ist Techniker Alles was wir brauchen um Nicolace zu finden ist Ivans Codeschlüssel Hol ihn und wir sind fein raus Mh Mhm So so Wir haben diesen Gang schon gecheckt Vielleicht haben wir was übersehen Wir machen es nochmal Wie hätten wir denn was übersehen können? Ja Aber Aber was? Nichts Moment noch Ich muss mal dringend aufs Klo Beeil dich Aha Nehmen wir mal Wo ist hier das Klo? Aha Ich kann ja hier nicht rum gehen wartet Das würde er ja denn jetzt sehen Wird ich hier da noch rein gehen können Das habe ich nicht gesehen Mh Ah Ja Jaaaaaaaaaaah War bestimmt doch nichts. Habe Feind gesichtet. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken. Ist hier irgendwo Munition im Klo oder was? Nee, nicht mal ein Medikit, wa? Krass. Schwache Leistung. So, da müssen wir rinnen. Nee, hast du nicht. Mal diese Lüge-Geschichten, ja? So, ich komme mal runter zu dir. So, was hast du, was zu erzählen? Bist du Ivan? Ich, ja. Sind Sie Amerikaner? Polizei? Ja und nein. Die Polizei ist auf dem Weg. Bis dahin bin ich dein einziger Freund. Aber kein sehr enger. Wir müssen gehen. Schnell. Sie werden uns finden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will deinen Code-Schlüssel. So war das nicht abgemacht. Die Abmachung steht. Man wird dich lebend finden. Aber zuerst will ich den Code-Schlüssel. Das ist nicht, was ich mit der Frau am Telefon abgemacht habe. Versuche ich dir zu erzählen, wie man Zivilisten abschlachtet? Was? Das tue ich nicht. Also versuch du mir nicht zu erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Die Polizei ist auf dem Weg und du wirst es überleben. Gib mir den Schlüssel oder ich nehme ihn. Das war nicht abgemacht. Glaube, das sagtest du bereits. Hör mal, gib mir einfach nur den Schlüssel. Ich hasse es, Leute zum Schreien zu bringen. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen. Hier. Danke. Jetzt such dir ein gutes Versteck, bis die Polizei kommt. Verdammt. Fischer, das wird dir gefallen. Es macht mich nervös, wenn du das sagst. Die Russen sind im oberen Geschoss verteilt. Du wirst ein bisschen aufräumen müssen, bevor die Osprey landen und dich da rausholen kann. Na schön. Aufräumen, ne? Wir haben ja Splittergranaten noch. Die, halt, ich möchte mir mal so eine AK hier nehmen, war. Die Frage ist halt, müssen wir jetzt hier raus? Ich muss erstmal da oben hin. Aha. Komme ich da nicht mehr hin? Wieso komme ich jetzt da nicht mehr hoch? Hallo? Aha. So. Weil da hinten war ja noch irgendwas. Das möchte ich schon jetzt erstmal noch untersuchen. Geht's da irgendwo hin? Ne, ne? Okay. Ja, wir sind ja auch bis unter die Zähne bewaffnet, war. Munition haben wir ja den ganzen Handwagen voll. Ist ja alles. Kein Problem. Können wir hier 100.000 Russen ausschalten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Munition, Munition. Hm. Hm. Munition ist wahrscheinlich sowieso super versteckt irgendwo. Na gut. Äh. Speichern. So. So. Ich hab da doch was gesehen. Ich hab da doch was gesehen. Ich hab da doch was gesehen. Ha ha. Ja. Da geht ja gut los. Da war ich. Da war ich. Und. Und. Wie wart ihr so? Was meinst du? Beide Typen. Wie viele habt ihr erlegt? Zeig mal ein bisschen Respekt. Na das tue ich doch. Wie viele? Zwei oder drei? Ich habe einen erledigt. Er vier. Ich hab da doch was gesehen. Ich hab da doch was gesehen. Sag ich was. Ich hab da doch was gesehen. Oh yeah. So. Hm. Sehr spektakulär haben wir das gemacht. So. Munition oder so. Hätt hier wahrscheinlich irgendwie hochkraxeln müssen. und da rüber und dann von oben zack zack oder so. Keine Ahnung. Können wir ja mal probieren. Hier so rüber und dann hätten wir wahrscheinlich hier so ran springen müssen. Wahrscheinlich auch nicht. Komm ich hier durchs Feuer durch. Die Leichen würde ich gerne noch untersuchen. Warum regnet denn das hier eigentlich? Äh. Okay. Aha. Du darfst da hoch. Ich seh keine Feinde. Nicht unbedingt was zu sagen hat. Wett, wett, wett. Ah. Ah. Okay, das bringt hier, äh, mal so ja keine Punkte. Ich glaube, wir nehmen mal den offiziellen Weg. Ich freue mich schon auf morgen. Sowas Schreckliches habe ich noch nie gemacht. Hey, was ist das? Rebat, koppert! Aus der... Da! Das läuft ja alles sehr suboptimal. Aber hier gibt's noch Splittergranaten. Ist ja auch noch was anderes. Oh, hier gibt's Munition. Hier gibt's Munition. Yes. Okay. Jetzt sieht die Sache schon anders aus. Da gibt's noch ein Medikid, das schmeißen wir uns gleich ein. So. Speichern. Munition. Und bin ja begeistert. So, jetzt können wir die Sachen halten. Muss ich mir ein bisschen anders anziehen. Weil der Regen geht mir so auf die... Dinge hin. Ja, ne, wie hat denn der mich jetzt gesehen? Wenn ich fahren darf. Ja, ne, wie hat denn der mich jetzt gesehen? Wenn ich fahren darf. Ja, ne, wie hat denn der mich noch... Ja, bald. Ja, bald. Ja, bald. Ja, bald. Jetzt sind wir... Ja, bald. So, was das noch? Ich bin hier. Sie sind so gut wie tot. Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken! Naja, das lief nicht so optimal, wa? Vom Munitionsverbrauch gesehen. Ich nehme mal nicht die Leiter, um zu gucken, was hier denn noch so ist. Aha. Die haben zu viele Splintergranaten. So, so. Boah, wo muss ich denn hier hin, Alter? Schon wieder energisieren oder nicht? Hm. Aha. Okay, die Musik ist. Vergessen wir's! Er ist weg! Da oben. Wer kämpft denn da? Danke schön für die Granate. Wo sind wir denn jetzt? Ja, das ist weg. Na hier. Danke. Na hier. Danke. so jetzt sieht man hier erstmal holt mit die kit hier von der ecke und dann geht mal noch mal zurück und holen wir dann die man da oben lang ich habe da einfach eine bessere position aha man kommt hier doch ich wollte sagen hat sich gerade erledigt also die schmeißen mit handgranaten ist natürlich ziemlich uncool und so ja nicht nett dann können wir hier noch mal gucken vielleicht kommen wir ja ach so schritten an hatten hatten wir ja ausreichend hier kommen wir auch nicht hoch kommen wir hier hoch ja aber das sollte uns nicht viel bringen oder hier die lichter Oh, da. Hallo? Oh, da. Hand me. Bleib zurück! Komm, ich bin raus! Sie stecken! Sie sind so gut wie tot! Komm, ich bin raus! Sie stecken! Komm, komm, gut, 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 gut! Sie sind so gut wie tot! Kommen Sie raus, wo immer Sie stecken! Okay, Reichweite reicht nicht. Sie sind so gut wie tot! Ah! 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 Bist noch einer? Scheinbar nicht. Speichern! Mann, 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 Mann! Hat der Kopf voll hier! Sehr, sehr. Sie sind so gut wie... ... ...